Was? Aber die war jetzt kein Monat hier, oder? Oder doch? Nee, das ist jetzt auch noch gerade eben, oder? Aber echt? Das ist jetzt ruhig so ein paar Stunden. Frühgeburt, oder was? Guck, hier, sie haben das Baby weg, weil sie Straße lebt. Schau dich um, Kleine. Wir haben gar nichts hier. Hier ist nicht mal ein Laken, heißes Wasser. Wir haben gar nichts. Mein Baby. Oh, ich will nicht, dass mein Baby stirbt. Halt durch, halt durch, halt durch, ganz ruhig, ganz ruhig. Und fällt was ein. Hey, hey, Jimmy. Die Straße runter steht ein verlassenes Gebäude. Such einen Weg dort rein. Ich kann mich da los. Walter, du setzt dich und bleibst dir bei Tuesday, okay? Jodie, komm mit. Wir besorgen alles, was wir brauchen. Und du, Kleine, warte mit deinem Baby, bis wir zurück sind. Hehehe. Warte, verdammt noch mal. Gut, wen können auch mal zwölf Stunden oder so gehen, ne? Ja, klar. Aber trotzdem. Oh man, das musste jetzt noch kommen, ne? Das musste ja passieren. Ja, jetzt pass auf, jetzt hat der Typ das Video schon ins Internet gestellt und... Ja, ohne Witz. Vielleicht war das Ganze, irgendwie gefällt mir. Das kann ich auch, die Musik nicht und so. Aber das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, nein doch, gute Frau. Noch nicht ewig Zeit. Hm. Hm. Was sollen wir tun? Kennst du einen Arzt oder so? Nein. Wir haben auch nichts, um ihn bezahlen zu können. Also, was machen wir dann? Hör zu. Ich will für dieses Baby eine Chance in dieser verfluchten Welt. Das Kind braucht Wärme und es soll Windeln und ein Fläschchen haben. Und Kleidung wie jeder andere normale Mensch auch. Ich lasse nicht zu, dass es im Müll unter einer Brücke geboren wird. Okay. Okay, was ist dein Plan? Ich hab keinen. Aber uns fällt was ein. Komm! Sehr gut. Die überfallen hätten den Supermarkt, ich passe auch. Wäre das doch gar nicht offen. Doch, in Amerika hat alles rund um die Ohren offen eigentlich, oder? Wäre der nicht. Oh ne, scheiße. Das drin ist alles, was wir brauchen. Wir müssen nur rein. Ja, wir nicht. Verdammt! Es muss doch gehen. Es muss doch irgendwie gehen. Lass mich nur machen. Hä? Was? Was willst du tun? Vertrau mir einfach. Los geht's! Komm, du bist dran. Ja, das will ich ganz bestimmt nicht öffnen. Lass mal die Tür öffnen. Gut, aber ist das so ein Scheißschalter? Ja, das will ich öffnen. Die Alarmanlage nehme ich mal an. Oder das? Gut. Jetzt geht das Ding auch. Nicht, dass das Alarm anlägt. Doch nicht. Warte. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Warte kurz kurz. Haben wir noch was vergessen? Ich hätt's mal Alarmanlage nehmen. Irgendwas ist da noch. Ja, richtig. Ich guck mich erst mal komplett um. Ja, da war noch was. Oder? Ne. Da war ein Bild von der Kamera, gell? Ja. Die haben 100 Brunnenalarme. In Amerika ist alles verkammer. Ne, das ist ganz bestimmt nicht. Einfach deswegen. Da steht's ähm. Schlikase, das ist Schlikase. Da ist nix. Vielleicht irgendwie was. Da hinten vielleicht mal. Als was von Notausgang. Kann ich nicht. Okay. Mach ich durch. Ja, guck mal. Dann vielleicht direkt einfach die Kamera zerstören, meinstch? Ja, vielleicht. Grüßen lieber. Weiß nicht, ich such sie gerade noch. Ist das ein Schild? Das ist ein Plakat, da ist ne Kamera. Ah, danke. Okay, Alarm aus. Gut. Das spart uns nachher noch Ärger. Mach mal diese Schranke da auf dann. Verdammt, wie hast du das denn gemacht? Frag mich mal. Ach, Scheiße. Okay, ich konnte nicht mehr. Egal, das klingt sich selber auf. Wir nehmen was wir brauchen und hauen ab. Gut. Aber zu langsam macht der Aiden, was sie will, oder? Da hast du mich langsam im Griff. Ja, langsam. Aber die, die Geschichte nimmt auch Aiden mit. Ich hab so viel ich tragen können. Okay, dann lass uns hier abhauen. Hey, die hätten... Guck mal, wie nett der eigentlich ist. Der hätte eigentlich noch Essen klauen können und sonst wie was. Aber hat alles gelassen. Ja, ja, Walthy ist bei ihr. Kommt, wir müssen uns beeilen. Die sind schon drin? Der hätte das, der hätte es auch niemals gemacht. Oder der hätte niemals eingebrochen, wenn es nicht um sowas geht. Ja, echt. Naja, irgendwas passiert noch, mir gefällt mir. Was nicht? Ich werde jetzt auch so ein bisschen zurückfallen, was? Fällt jetzt zurück hier. Und dann rennen schon voll weg. Ist auch voll komisch. Hallo? Wo? Da haben wir Spuren nach. Uh, die Spuren sind in der Luft. Ist das Fenster? Und hier rein. Ach klar. Ja, klar. Los hier lang! Jetzt seh ich mein Baby schon da, oder was? Die sind schon hier, ja. Hallo? Oh mein Gott. Hoffentlich ist es hier ein bisschen wärmer. Was nicht gewolltet sind, sollen gleich für immer hier bleiben? ja keine ahnung sieht auch ein bisschen motiver aus wenn ich bin das wohl luxus besser wieder in der blöcke das auf jeden fall gerade noch rechtzeitig aus das baby wird jede minute rauskommen was soll mir jetzt machen das war klar viel glück ist auch da muss auch so was noch nie dabei gewesen bin ich auch nicht aber ich will nicht dass da alle stehen und mich anstand ich gehe ein voll schmerzen das glaube ich okay keine sorge keine sorge wir finden einen weg uns fällt schon was ein ich meine wie schwer kann das werden oh man okay los wir müssen dass man hier ist oha okay was nun die tüte die dinger ganzen laken und ja mal kleinen kaiserschnitt alle ich kümmere mich um die matratze es wird schon okay du kriegst das hin so gute frau ich war auch noch nie dabei was ich doch an meiner geburt habe ich habe schon mal miterlebt was machen wir was machen wir atmen okay bitte tusten immer weiter atmen ein und aus ein und aus ich atme noch verflucht ich wach noch Musik wird auch dramatischer komm und jetzt pressen gute frau pressen pressen ja es ist fast da okay muss ich noch vielleicht was machen jetzt kommt gleich ein quick time im ent fang das baby auf oder was okay ganz toll machst du das ich kann sie sehen der kopf ist schon da ich sehe den kopf jetzt press pressen oh Gott hol das baby raus sie ist da ich habe mich blutverschmiert oder was doch ein bisschen oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah okay jetzt noch die Nadel schmerzen wasch das arme Ding die sieht aus wie ein alter Mann oh alter ja gut okay aber ist glaube ich auch schlecht zu animieren ja vor allem frisch geborene sind eh immer voll dreckig und so eigentlich baldig so verstrumpelig erst mal waschen und so dann sehen die doch nochmal anders aus hoi jö es war bisher nicht so einfach mein Schatz aber wir schaffen das denn wie hat die Jodie jetzt allen neue Hoffnung gegeben ja aber sie selbst irgendwie nicht so ja weiß nicht vielleicht indirekt schon ja sie weiß auf jeden fall es gibt Menschen da draußen die noch super netz sind aber das ist wie so eine kleine Familie halt ja jetzt mit dem Baby noch über der Worte das ist so winzig das ist ein Mädchen ich nenne sie Zoe scheiße man sie ist gottverdammt unglaublich hey hör auf zu fluchen Walter sie versteht alles was du sagst nein sie ist mehr als unglaublich sie ist einfach märchenhaft schön ohne euch hätte ich es nicht geschafft Jungs und Jodie du bist eine Magierin Jodie unsere Magierin unsere Magierin unsere Magierin unsere Magierin Traurig ey Wahnsinn boah da fuck ah da mir jetzt ist schon da die Tränen kullern schon auf der einen Seite ich finde das voll traurig mein aber egal ey fuck was war das hast du das auch den Knall gehört ne ich wende mir dir das Video dann marsch komm bestimmt die Bullen wieder und so alles hat sich noch feuer fuck ach jetzt war das mit dem Feuer ja scheiße das ist das sie gesehen hat gell in ihrem Traum ja ich muss auch stehen fuck oh ne bitte nicht ey oh shit hallo wo sind die anderen wo sind die anderen wo sind die anderen wo sind die anderen wo ist hier über den Flur Jimmy und Tuesday und Zeu ist in Dope los raus hier ich hole sie nein nein ich komm mit hier nein nein ich gehe allein oh fuck hallo hallo jetzt man wieso grenzen da jetzt aber auch das war 100 pro hat er jemand sag mal wo ist der andere hoch hoch jetzt hoch sind die ne warte mal ah wo läschen Walter Walter erstmal helfen Walter ach ne man nicht üblich babyisch aber fuck es sei es komm Aiden los Aiden aktivieren jetzt Aiden aktivieren jetzt Aiden aktiviert Aiden aktiviert Juche Juche und das Baby sie sind oben hör hier wir müssen sie rausholen bevor hier die ganze Bude abrennt oh man wo ist der andere hoch jetzt einfach hoch ja ja wo ist die ich weiß ich hab nicht zugehört egal geht's hoch ist mir auch egal ist wo klappen der ist so oft Drogen der merkt eh nix ah ne wir haben mich einfach frei wir haben mal ein holl jetzt das Baby ist sie gehört? ist sie gehört das ist eher das ist irgendwo hier das ist irgendwo hier das stimmt hier und die andere Nummer eins höher da die Tür Aiden aktiviert Aiden aktiviert ich kann der gar nicht ich kann der gar nicht mach die Tür auf du musst du wieder du musst du wieder mich machen ich kann der gar nicht wo sind die mach wieder mich die muss ich reingehen können ach so das ist schon mal so eine Zwischentür oder was ja anscheinend ah da hinten ist auch gut Jimmy komm schon Jimmy komm Jimbo spring spring nein wachs das Mann ich komm nicht raus du kannst ich komm nicht raus du kannst komm schon spring das Baby los rette das Baby los rette das Baby los rette das Baby schafft das Baby schafft das Baby nicht wetten ne 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 das kriegen wir hin ja dann beeil dich jetzt hoch 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 fuck schlochen auf einander am Weg ja ist ok ist ok ist ok hopp park man wir müssen ja auch ganz oben sein aber echt aber wieso brennt es da ganz echt es hat 100 pro einer von den packen äh spacken als als rache aktion oder so gelegt die haben sie irgendwie mitgekriegt dass wir hier sind ja die Typen die wir zusammengetauscht haben ja ja nicht mehr aus hier fuck das wird nix komm 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 wollern 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 los einen du ich glaube das geht schief da ist so viel Feuer hinten dran ok dann passiert nichts weil normal wenn ja Sauerstoff reinkommt dann gibt es ja so einen Knall ja komm blass das Ding aus ähm ich glaube du musst mich ja schützen ja vom Feuer wo ist es einfach einfach mal zusammenhalten aber langsam rutschen meine Finger scheiße komm denk nach Jodie denk nach du technisch gut sein er handelt einfach er denken okay ich bin eiskalte Maschine ich bin eiskalte Maschine der manchmal auch ein Tränchen lässt hehehe was los komm was los komm wer runter komm tustell auf und so wie Lauf jetzt, da ist niemand mehr. Fuck, 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 lauf weiter! Ist alles okay? Bleib nicht stehen. Geh weiter! Okay, schnell raus hier! Ähm... Geh aufs Dach. Aufs Dach? Ja, geh aufs Dach. Das bewegt sich halt nicht. Jetzt bin ich zu sehen. Geh hoch, geh hoch. Ja, da vorne geht's eh nicht weiter. Ja, geh hoch. Ich werde mit ihr noch mal runterspringen. Oh, fuck. Der hinten trägt sie runter. Uh, guck mal hier die... Flammenwand. In echt wäre das noch viel... Rauch, äh... Ja, dunkler durch den Rauch. Jetzt ist es aber dunkel genug. Futter! Bring! Mach den Controller nicht kaputt! Hu, hu! Hu! Warte, das schief gehört, geh. Oh, der... Äh... Braum ist noch nicht so spannend. Komm schon! Komm schon! Sprich einfach! Komm schon! Sprich einfach! Wunderbar. Fast. Los! Warten. Jetzt müssen wir noch nichts machen. Mach's per Gedanken. Kontrolle. Olek! Olek! Wuhu! Wuhu! Alles klar? Oh mein Gott, du bist am Leben! Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast. Aber das war unglaublich. Zoe! Wie geht Zoe? Gut. Sehr gut. Wie kam es bloß zu dem Feuer? Oh, shit! Alles so klar. Sag mal, was, Jungs? Nur beziehen ein Feuerzeug und die Ratten springen aus dem Nest. Pfeift darauf, Herr Bernd. Ich sagte, wir sehen uns, Miststück. Du Bastard. Hey, 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 hey! Lass die in Ruhe! Lass ruhig, Kakerlaken. Schluss mit Heldin sein, oder? Nein! Nein! Hast du das drauf, Ed? Ja, Mann! Ist alles drauf! Okay, dann komm! Los, weg! Bastard! Fuck! Ich glaube, das ist auch die Narbe, die sie gekriegt hat. Hinten. Mhm, mhm. Mal gesehen am Anfang. Weil ich glaube, der erste Schlag ging voll auf den Hinterkopf. Sie ist! Oh ja, da ist es! Das Blut! Alter! Ja! Boah! Boah, shit, solche Wichser! Guck, was habe ich gesagt? Hätten wir sie noch gleich umgebracht, die Azis. Richtig! Oh mein, Sauerstoff! Wir brauchen Sauerstoff! Oh mein, Sauerstoff! Da kommt die... Feuerwehr! Nein! 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 Jodie, nein! Bitte bleib bei uns, Jodie! Fuck, Alter! Haben wir es geschafft? Mehr oder weniger? Nein, das Kapitel wahrscheinlich schon. Aber es vibriert bei mir. Bei mir auch. Und was ist jetzt vorbei? Die Vergeist.